Jeder hat wahrscheinlich eine intuitive Idee, was sich hinter Begriffen wie Alphabet, Wort und Sprache verbirgt, aber die wenigsten werden das mal formal wirklich definiert haben. Und genau das wollen wir in diesem Video einmal angucken. Die erste Frage, die man sich natürlich stellt, ist, warum will man dafür eine formale Definition haben? Was haben Informatiker überhaupt mit Alphabeten, Wörtern oder Sprachen zu tun? Und die Antwort ist ganz einfach. Und danach, wir beschäftigen uns in der Informatik ja typischerweise mit Programmen und in diesen Programmen, die Sie vielleicht auch selber mal geschrieben haben, haben Sie Eingaben verarbeitet. Sie haben irgendwelche Zeichenketten vielleicht eingelesen von Benutzern zum Beispiel oder auch von anderen Programmen und die irgendwie weiterverarbeitet, wie zum Beispiel hier in diesem Hello World Programm. Also die Eingaben, um die es geht, das sind häufig Zeichenketten, das sind eben solche Wörter. Gleichzeitig ist das Programm selber auch eine Zeichenkette, also ihr Java-Programm oder ihr C-Programm in diesem Fall. Das ist selber eine Zeichenkette, die von einem Compiler zum Beispiel verarbeitet wird. Also auch hier treffen wir plötzlich auf solche Zeichenketten, die irgendwie zu verarbeiten sind. Das Ganze ist unabhängig von der tatsächlich verwendeten Programmiersprache. Die Zeichenketten tauchen in Java genauso auf wie in C oder in anderen Sprachen, Perl, Python oder was auch immer. Fangen wir mit dem ersten Begriff an. Wenn ich Sie fragen würde, was ist ein Alphabet, dann denken Sie vermutlich, die meisten von uns werden denken an die lateinischen Buchstaben oder vielleicht auch ein paar werden an griechische Buchstaben denken. Wenn wir etwas weiter zurückgehen, finden wir das phönizische Alphabet oder Hieroglyphen. Das sind alles mögliche Alphabete. Etwas moderner in der Neuzeit, wenn Sie da ein bisschen technischer unterwegs sind, würden Sie vielleicht an so etwas denken wie ASCII oder UTF-8 oder ISO 8859-1 und die Spezifikationen von diesen Zeichensätzen, in denen Ihre Dateien kodiert sind. Das haben Sie vielleicht schon selber gesehen oder selber benutzt, dass das da angegeben wird, wie zum Beispiel die Zeichen kodiert sind, die in Ihren Dateien vorkommen. Und Sie haben vielleicht auch schon selber mal Probleme gehabt mit falsch kodierten Zeichensätzen oder wenn die Kodierung falsch angegeben war, dass dann bestimmte Zeichen nicht richtig dargestellt werden konnten. Was die Alphabete, die wir so gesehen haben, alle gemeinsam haben, ist eigentlich nur eine Sache und die Gemeinsamkeit ist, dass es sich um eine endliche Menge handelt. Und diese Menge ist auch nicht leer. Naja, das ist auch genau das, was wir als Definition für unser Alphabet nehmen wollen. Wir werden einfach sagen, ein Alphabet, in dem Falle nennen wir es hier Groß Sigma. In der theoretischen Informatik werden Alphabete gerne mit großen griechischen Buchstaben, so Groß Sigma oder Groß Gamma bezeichnet. Und da sagen wir einfach, Sigma, ein Alphabet ist eine endliche, nicht leere Menge. Endlich soll sie sein, weil wir nur endlich viele Buchstaben haben wollen. Das können ganz wenige Buchstaben sein, so wie bei den lateinischen Buchstaben. Das können sehr viele sein, wie bei Unicode. Trotzdem ist es eine endliche Menge. Und was die Menge nicht sein soll, ist leer, weil wenn wir leere Buchstabenmengen haben, dann können wir darüber hinterher auch nicht wirklich Wörter oder so etwas bilden. Deswegen ist das für uns nicht so richtig hilfreich. Deswegen möchten wir auch, dass die Menge nicht leer ist. Wir werden typischerweise in der theoretischen Informatik kleine Alphabete angucken, so mit zwei Buchstaben, zum Beispiel nur As und Bs oder mal nur mit den kleinen Buchstaben, weil das ganz einfach praktisch zu handhaben ist. Wenn wir da Unicode als Beispiel nehmen würden, sind das eben schon sehr viele Buchstaben. Da müsste man dann entsprechend sehr viel aufschreiben, um da so ein Beispiel zu konstruieren. Mit wenig Buchstaben ist das Beispiel häufig einfach und man kann damit die Idee verstehen und das dann aber auch einfach auf andere, größere Alphabete übertragen. Das dritte Beispielalphabet ist auch ein absolut zulässiges Alphabet. Das enthält zwei Buchstaben, Buchstaben ON und OFF. Und so etwas kann mal nützlich sein, wenn man zum Beispiel Sequenzen von Schaltvorgängen oder Schalterstellungen oder so etwas kodieren möchte. Da wäre dann ON für AN und OFF entsprechend für AUS eine mögliche Beschreibung eines solchen Zustandes. Aus den Buchstaben eines Alphabets können wir dann Wörter bilden und auch da ist die formale Definition ganz analog zu dem, an was Sie wahrscheinlich gedacht hätten. Ein Wort ist einfach eine Sequenz von Buchstaben eines Alphabets. Mehr fordern wir hier nicht. Es ist irgendeine Sequenz. Die Sequenz darf sogar leer sein. Also es darf auch gar kein Buchstabe vorkommen. Das ist auch erlaubt. Typische Wörter hier über diesem kleinen Alphabet mit As und Bs und zum Beispiel diese Wörter mit vier As oder A, B, A, B, AB, muss ich das mal abwechseln. Das sind alles mögliche Wörter. Das sind einfach Folge von Buchstaben des Alphabetes. Wenn wir so ein bisschen weiter gehen, wenn wir als Alphabet zum Beispiel, sagen wir mal Unicode ansetzen, dann wäre zum Beispiel das Java-Programm aus dem Beispiel oder das C-Programm aus dem Beispiel ebenfalls ein Wort über diesem Alphabet, weil das einfach eine Sequenz von einzelnen Zeichen ist und damit auch ein Wort. Und diese Wörter, die können wir dann wiederum zu Sprachen zusammenfassen. Dabei ist eine Sprache einfach eine endliche oder unendliche Menge von Wörtern. Hier geht es um formale Sprachen, das heißt, es geht nicht irgendwie um die Bedeutung von Wörtern, sondern es geht nur darum, was ist prinzipiell ein Wort. Wenn wir bei dem Java-Beispiel bleiben, dann wäre die Sprache Java zum Beispiel die Menge oder die interessante Menge, die dazugehört, die Menge aller gültigen Java-Programme. Und das ist eine Menge von Wörtern, also von möglichen Java-Programmen und damit eine formale Sprache. Wir gucken hier typischerweise wieder einfache Beispiele an, die ein bisschen kürzer aufzuschreiben sind. Und zum Beispiel, wenn wir das Alphabet mit A und B haben, dann wäre sowas wie A hoch N, B hoch N, wo wir zuerst N As haben und danach N Bs in so einem Wort. Und da alle möglichen Wörter, die so aussehen, dann wäre das natürlich eine Sprache. Oder die Sprache hier, A hoch N, wobei N durch 3 teilbar ist, ist natürlich auch eine formale Sprache. Und weil das einfach eine unendliche Menge von Wörtern ist. Auch wenn wir jetzt hier nur sehr einfache Beispiele benutzen, wird die Theorie, die wir hier entwickeln wollen, dann aber auch tatsächlich zum Beispiel für Java, für die Java-Compiler oder so etwas, tatsächlich genutzt. Um zu bestimmen, ob das Programm, was Sie geschrieben haben, ob das syntaktisch korrekt ist oder nicht. Wenn wir in Programmen mit Zeichenketten arbeiten, dann haben wir häufig Operationen auf diesen Zeichenketten. Also die Zeichenketten sind dann hier Wörter. Und wir haben auch spezielle Wörter und eigene Notationen. Wenn wir mal dieses Java-Beispiel hier auf der linken Seite betrachten, da fällt uns so ein bisschen was auf. Zum Beispiel fällt uns auf, aha, der String zum Beispiel kann in Java auch leer sein. Leere Strings sind erlaubt. Wir haben auch eigene Funktionen, die prüfen können, ob ein String leer ist oder nicht. Das ist uns möglich. Wir haben eine Operation auf Strings. In Java wird sich das Plus realisiert. Das ist die sogenannte Konkatenation. Das ist einfach das Hintereinanderschreiben von zwei Strings. Also hier in dem Falle würde aus Hello und World, würde eben Hello World entstehen. Und was man außerdem häufig braucht, ist so etwas wie die Länge. Die möchte man vielleicht auch ermitteln. In Java gibt es dafür die Methode Punkt Length. Ist bei anderen Programmiersprachen aber auch genauso. Für die Konkatenation gibt es in C String Concat, was quasi genau das Gleiche tut wie dieser Plus-Operator. Von der Idee her hängt einfach zwei Strings hintereinander. Die Länge kann man entsprechend, dafür gibt es auch eine Bibliotheksfunktion, kann man auch bestimmen. Hier in unserer Notation schreiben wir das ein bisschen mathematischer auf, weil wir uns daran orientieren. Und das Erste, was wir dafür haben, ist das leere Wort. Das leere Wort bezeichnen wir mit Epsilon, weil es muss ja irgendwie bezeichnet werden können. Wir müssen einen speziellen Buchstaben haben und dafür nehmen wir eben das griechische Symbol Epsilon für Empty. Konkatenation hintereinander schreiben haben wir auch. Das ist einfach durch Punkt oder durch direktes hintereinander schreiben der Wörter. Wir wollen aber nicht nur Wörter einmal hintereinander schreiben, sondern wir wollen auch erlauben, dass man Wörter mehrfach, also N-mal hintereinander schreibt. Und das bezeichnen wir mit W hoch N. W hoch N ist einfach das Wort, was dadurch entsteht, dass wir das Wort W N-mal hintereinander schreiben. Mit dem besonderen Fall, dass wir sagen, dass W hoch Null, dass das das Epsilon, das leere Wort ist. Das kommt Ihnen vielleicht auch bekannt vor, das ist dann ganz ähnlich definiert wie bei Potenzen von Zahlen. Die Länge eines Wortes bezeichnen wir mit diesen Betragsstrichen, um eben die Anzahl der Buchstaben zu ermitteln. Und zu guter Letzt ist eine übliche Notation, dass wenn wir so ein Alphabet Sigma haben, dann soll Sigma Stern sein, die Menge aller Wörter, die man über diesem Alphabet bilden kann. Und da ist auch das leere Wort immer mit dabei. Gucken wir dazu eben ein Beispiel an. Wenn wir ein Wort haben, W1, was das Wort Hello ist und ein Wort W2, was World ist und ein Wort W3, was das leere Wort Epsilon ist, dann ist die Konkatenation W1, W3, W2 ist Hello World. Weil wir haben das Anfangsstück, das ist Hello, dann wird angefügt das leere Wort, das ändert nichts und danach kommt W2. Generell ist das Konkatenieren des leeren Worts quasi das gleiche, als wenn Sie zu einer Zahl die Null aufaddieren oder mit der Eins multiplizieren. Da ist das Konkatenieren mit Epsilon entsprechend das Analoge für Zeichenketten und Konkatenation. Wenn wir das Wort W als AB betrachten, dann ist W hoch 3, ist einfach das Wort W dreimal hintereinander geschrieben, also AB, AB, AB. Und die Länge ist, wie man es erwarten würde, die Anzahl der Buchstaben. Wenn das Wort W das Wort Hello ist, dann ist die Länge von W einfach 5. Die Konkatenation auf Wörtern kann man hochziehen auf eine Operation auf Sprachen. Man kann die Konkatenation von Sprachen betrachten. Und was man dazu tut ist, wenn man zwei Sprachen hat, L1 und L2, und die konkateniert, wird dann zu einem Konkatenationszeichen geschrieben, dann sammelt man einfach alle die Wörter auf, W1, W2, mit der Eigenschaft, dass W1 aus der ersten Sprache kommt und W2 aus der zweiten Sprache. Das heißt, ich sammle hier alle Kombinationen auf von Wörtern, die ich dadurch bilden kann, dass ich zuerst ein Wort aus der ersten Sprache nehme und dahinter ein Wort aus der zweiten Sprache dranhänge. Das Ganze ist natürlich nicht kommutativ, also man darf es nicht vertauschen, weil Konkatenation keine kommutative Operation ist, weil Hello World ist nicht das gleiche wie World Hello. Auch die Potenz kann man entsprechend definieren. Für eine Sprache L definieren wir L hoch 0 einfach als die Sprache, die nur das leere Wort enthält. Achtung, das ist nicht das gleiche wie die leere Sprache, weil die leere Sprache enthält ja gar keine Wörter. Und das ist eben die Sprache, die das leere Wort enthält. Also es ist ein Wort drin. Und entsprechend ist L hoch N soll sein, die Sprache, die man bekommt, wenn man die Sprache L N mal mit sich selber konkateniert. Und da sind drin alle Wörter, die aus N Teilen bestehen, sodass jeder Teil in der Sprache L liegt. Also wir nehmen einfach N Wörter aus L und schreiben die hintereinander. Und alle Wörter, die man auf diese Art bilden kann, die liegen dann in L hoch N. Alternativ kann man dazu auch eine schöne rekursive Definition angeben. Wenn wir schon wissen, dass L hoch 0 die Sprache mit dem leeren Wort ist, dann können wir definieren, dass L hoch N plus 1 einfach die Konkatenation aus L hoch N mit L ist. Und kommt dann genau auf das gleiche raus, was wir oben definiert haben. Betrachten wir dazu wieder ein Beispiel. Betrachten wir die Sprachen L1 mit dem Wort AB und BB und L2 mit den Wörtern C und CC. Dann ist die Konkatenation von L1 und L2. Da haben wir zuerst mal das Wort ABC drin, weil wir nehmen das Wort AB aus der ersten Sprache und C aus der zweiten Sprache. Dann bekommen wir auf diese Weise ABC. Wenn wir das AB aus der ersten Sprache nehmen und das CC aus der zweiten, bekommen wir ABCC. Dann kriegen wir natürlich BB aus der ersten Sprache. Zusammen mit C bekommen wir BB, C, BB, C. Und schließlich das BB zusammen mit CC liefert uns BB, CC. Also insgesamt vier Kombinationen. Bei der Potenz bekommen wir deutlich mehr. Wenn wir die Sprache A mit den Wörtern A und BB haben, dann bekommen wir durch dritte Potenz, bekommen wir alle Wörter, die wir dadurch bilden können, dass wir drei Wörter, drei belegige Wörter aus L hintereinander schreiben. Also zum Beispiel dieses Wort mit den drei As bekommen wir einfach dadurch, dass wir dreimal dieses Wort A hintereinander schreiben. Ganz analog das Wort mit den sechs Bs, da haben wir dreimal das BB hintereinander geschrieben. Und insgesamt bekommen wir eben alle Kombinationen, die da möglich sind. Das sind relativ viele, weil an der letzten Stelle zum Beispiel haben wir zwei Möglichkeiten. Da kann das erste Wort aus der Sprache stehen oder das zweite Wort. Ganz entsprechend kann an der zweiten Stelle ebenfalls das erste oder das zweite Wort stehen. Und genauso an der ersten Stelle. Also haben wir quasi für alle drei Stellen jeweils zwei Auswahlmöglichkeiten. Das macht insgesamt zwei hoch drei Möglichkeiten, also acht mögliche Wörter, die wir hier bauen können. Nachdem wir jetzt eine Notation haben für alle Wörter, die wir dadurch bekommen, dass wir zum Beispiel drei Wörter aus einer Sprache hintereinander hängen, dann wäre es natürlich auch praktisch, eine Notation zu haben für alle Wörter, die man dadurch bekommt, dass man beliebig viele Wörter einer Sprache hintereinander hängt. Und das ist genau der Stern oder der Sternabschluss. Formal ist das so definiert, dass der Sternabschluss die Vereinigung von I gleich 0 bis unendlich über L hoch I ist. L hoch I war ja I Wörter aus L hintereinander geschrieben, beliebige Wörter. Und wenn das I irgendeine beliebige Länge sein darf, dann bekommen wir eben alle Wörter, die man aus Wörtern aus L zusammensetzen kann. Wichtig an der Stelle ist, dass, weil I bei 0 anfängt, immer auch L hoch 0 drin ist und damit auch immer das leere Wort in L-Stern enthalten ist. Wenn wir das Beispiel angucken, auf der rechten Seite, wieder mit unserer Sprache, die A und BB enthält, dann haben wir natürlich das leere Wort in L-Stern drin, weil das ist ja durch den Sternabschluss immer mit drin. Dann haben wir natürlich das A und das BB drin, also die Wörter, die direkt in L sind und dann auch die möglichen Wörter, die man durch Konkatenation von L mit sich selber bilden kann. Also zum Beispiel das Wort mit zwei A's oder das Wort mit A und BB, wo wir dieses A mit BB konkatenieren und so weiter. Da wir jetzt beliebig viele Wörter aus L nehmen können und konkatenieren können, ist die Sprache nicht mehr endlich. Wir haben hier schon eine unendliche Sprache bekommen. Sehr ähnlich zum Sternoperator ist der Plusoperator und der Plusoperator unterscheidet sich vom Sternoperator dadurch, dass wir hier zwar beliebig viele, aber mindestens ein Wort aus L konkatenieren. Das heißt, hier beginnt der Index I bei 1. Das bedeutet, dass das leere Wort Epsilon nur noch dann in L plus enthalten ist, wenn es auch in L ist. Also zum Beispiel hier, wenn wir da wieder die Sprache A und BB haben, dann sieht L plus quasi genauso aus wie L Stern, außer dass hier das Epsilon fehlt. Also der Unterschied ist, dass hier mindestens ein Wort aus L auch tatsächlich in dieser Konkatenation vorkommen muss. Was haben wir also gesehen in diesem Video? Das Erste, was wir gesehen haben, ist, dass man die intuitiv bekannten Begriffe wie Alphabet, Wort und Sprache formal definieren kann. Und das ist quasi genau die Formaldefinition, dass die auch genau das ausdrückt, auf was man intuitiv selber gekommen wäre. Zweite Sache, die wir angeguckt haben, sind die Operationen auf Wörtern, die wir schon aus Programmiersprachen her wahrscheinlich kennen und dass man diese Operationen auf Sprachen erweitern kann. Was wir jetzt noch brauchen, sind Möglichkeiten, um solche Sprachen beschreiben zu können und um Sprachen auch analysieren zu können. Zum Beispiel, um herausfinden zu können, ob das Programm, was wir geschrieben haben, ob das jetzt ein gültiges Java-Programm sein soll oder nicht. Und genau diese Fragen werden wir jetzt nachfolgend angucken. Also, um herausfinden zu können,